voll mein gott ich hol das gerade mal da raus ist aber gut da du ja ein bisschen arbeitest ich habe ich habe jetzt schon das zweite also die zweite hälfte inventar angefangen mit steinen ja das ist ja schon voll sonst schleppe ich davon mal in meine leer und verbaue die irgendwo nein wir müssen noch ein tempel machen ja mit dem heiligen groß gerade genau unter mir glaube ich ne also nach oben kann ich dich jetzt nicht sehen wie dick ist denn hier oder wer zu ich dachte ich könnte auf deinen kopf schiffen aber nein soll hier unten den ganzen scheiß sortieren ja das können nur auserwählte leute machen ja vor allem die alles kiste ist schon wieder randvoll so wirklich randvoll ja ich muss hier immer mann 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 ich habe eine gute füllung hergestellt kann man hat hier auch noch so ein mauern ist ja drin so eine stücke und eine holztür wo ist es denn da die kisten offen stehen lassen kannst geht hat ja was rechtsklick klickst dann oben auf die einstellung von deinem inventar mod und drückst dann escape prima ist kein cheat ist ein glitch ach dann geht das doch eben es ist was ganz anderes ja Du Glitscher. Ey. So, was brauch ich denn noch hier? Genau, Bilder wollte ich hier dran machen. Bildchen. Schöne Bildchen. Genau, ein Kühlschrank an die Wand. In welcher Küche denn? Stimmt. Haben wir auch noch nicht. Ich glaube, ich kann schon mal anfangen, Cleanstone in andere Steine umzuwandeln, wa? Ja. Müssen den Turm mal ein bisschen höher treiben. Bis wir den Boden nicht mehr sehen können. Ja, das wär geil. Das wär hammergeil. So. Boah, ich hab jetzt gar keinen Bock, den Scheiß zu sortieren hier. Doch. Nee. Du willst es doch auch. Nein. Nee, jetzt echt nicht, ey. Gibt's keinen automatischen Sortierer? Was man bauen kann? Ein Abonnent. Der immer nach uns auf den Server kann. Zum Aufräumen. Genau. Und der darf sogar ein 15x15 Feld nehmen, um seine eigene Kreation aufzubauen. Aber nur vier hoch. Guck mal in dein Inventar. Was denn? Nix. Die Rose des Schreckens. Ich hab dich genau im Auge, Pillar. Na warte, wo sind denn die Blumen? Aber guck mal, bleibt jetzt die Kiste offen? Ist die offen bei dir hier? Ja. Du, Luchito. Du, Luchito. So, wieso, warte denn? Ich brauch doch nur ein großes Klo. Boah, wer scheißt immer in die Kisten rein. Das sieht echt so aus. Hast du die Hose ausgezogen nochmal extra? Nee. Könnte ich aber. Das wär geil, wenn man noch so ingame das Skin wechseln könnte. Ja, das wär cool. Irgendwie mit so einer Kleiderkammer oder sowas, ne? Ja, das wär schon geil. Sag mal, wo sind denn die Blumen? Ich brauch ein Schwert. Haben wir gar keine Blumen? Haben wir gar keine Blumen? Doch, wir haben Blumen. Ah, hier Pflanzen. Ah. Jetzt wollen wir noch ein paar Knochen. Ich muss jetzt mal noch ein bisschen Eisen gießen hier. Ich hab noch so viel Eisen. Eisen. Eisen gießen willst du? Ja. Schmelzen eher. Ich hab noch 51. Krass. Und 15 Goldbarren. Und leider kaum, äh, Kohle irgendwie hier unten. Muss ich mal ein bisschen Kohle anheizen, wa? Ja. Ja, eben. Kannst du ja Holz nehmen, Holzkohle. Ja, wir wollten ja mal auf so eine richtig brutale Holztour gehen eigentlich, oder? Ja. Total alles aberrden, was so geht. Also wir fahren am besten mit dem Boot irgendwo hin. Und machen da alles kaputt. Boah. Bringen alle Tiere um. Dann machen wir noch einen Tagebau für Sand raus. Schmeißen Indianer da raus. Genau. Und dann nennen wir uns halt wie die anderen, die da wohnen. Ja. So machen wir das. Das ist ein guter Trick. In unserem Bodenschätze-Kiste ist gar keine Kohle mehr drin. Nein? Nein. Zollat! Junge. Ich mach jetzt erstmal Holzkohle mit Kohle. Dann weißt du, wir sind hier gerade die ganze Zeit an Kohle vorbeigelaufen und jetzt fehlt uns die Kohle. Ja, ehrlich. Obwohl hier ist noch ein bisschen Kohle drin. Ich koche mal ein bisschen Holz. Holz-Kohle. Ach man, das geht doch dir nicht. Was machst du denn da? Mal ein Zimmer einrichten. Hier fehlte noch ein Block. Ach so. Du hast die Wand weiter versetzt, ja? Genau. Du hast ja nur noch einen Stein so. Genau, nur ein so eine Rinne, wo ein Bett drin steht. Okay, dann wandle ich mal den ganzen Clean Stone um. Na, ich würde die ganze Zeit auf Höhlenportal, ne? Dü-dü-dü-dü-dü. Soll ich dir wieder ein paar Kühe spawnen? Ne, ist schon okay. Schade. Schon okay, sag ich mal. Mann, Mann, Mann. Ich würde gerne mehr schneller stacken. So. Und höher. So 256er-Stacks wären cool. Mehr und höher. Ich frage mich, wo hier, wo der Thun ist. Ne, kommt nicht mal ein Ei raus aus unserem Kanal. Ja, finde ich auch sehr merkwürdig. Aber nur eins. Aber wieso? Pro Stunde. Wieso? Ich weiß es nicht. Sag doch, Peter. Du weißt doch was. So, jetzt habe ich jetzt fast das ganze Inventar voll mit Steinziegeln. Mein Gott. Können das Haus erstmal jetzt schon gut hochbauen, glaube ich. Ich werde damit schon mal beginnen. Dann mach das doch. Sollen wir schlafen gehen? Ne, ich arbeite gerne in luftiger Höhe bei Nacht. Was auch so sicher ist. Ja. Ma. Du Penner. Was denn? Die scheiß Blumen hier. Die sind dann, die sind da tot erwachsen. Und was hat der noch hingemacht, der Penner? Das Holz ist weg. Nein, die sind in deinen geheimen Kisten, die ich gerade gefunden habe. Welche geheime Kiste? Achso. In der rechten. In der rechten. Ich weiß gar nicht, war in der linken was drin? Die beiden Kisten, die bei mir stehen, oder was? Ne, unten drunter sind doch noch Kisten. Eine ist da. Ne, eine doppelte und eine einzelne, oder? Ja, dann habe ich die vergessen, die eine doppelte. Ach da, ja. Da ist aber nichts drin. Hallo? Toll, jetzt kann ich die Stufe nicht aufheben, weil ich die kack Blumen dabei habe. Liegst du schon im Bett, oder was? Ne, du? Du Penner. Muss ich alles wieder ausgraben. Da müsste man echt mal ein bei einem machen, so. Boah. Ganze Zimmer voller Erde. So richtig super ätzend. Ich glaube, ich nehme die ja mal mit. Was nimmst du mit? Die Erde, ich glaube, dein... Ma. Und da lächst du ruhig schon mein Bett. Komm, wir schlafen eben schnell. Ne, ich baue jetzt erstmal hier meinen Raum wieder. Fertig. Ich baue jetzt erstmal meinen Raum. Warte, noch zehn Klötze dann. Toll, das ist aber nicht genug Holz. Was brauchst du denn, noch normales? Ach egal, Gepenn. Hast du jetzt ein Steakblumen aufgenommen? Ja. Ist mir wieder einen zugeworfen? Ne, der lag auf deinem Bett. Ach so. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier aussah. Hatte ich das hier alles? Ne, warte. Hier war normales Holz, hier in der Ecke. Ja, ja, eben. Das meinte ich nämlich. Und hier vorne war dann halt dieses andere Holz. Andos. Egal. Ich habe jetzt gar keinen Bock dazu bauen, gerade. Ach warum denn nicht? Ne, das nervt mich jetzt. Was soll denn die Tür hier, du Penner? Ob ich dich sehen kann, was du da machst. Ach man. Hopp. Ich beobachte dich immer, wenn du pennst. So ein einseitiger Spiegel wäre cool dazwischen. So, ich kann die nicht aufheben hier, die zwei Steine. Ich glaube, ich nehme die mal eben. Du auch nicht. Los, gib sie mir. Los. Egal. Mach. Das ist eine Abtrennung. So sah er aber nicht aus. Naja, es stimmt. Egal, mach ich demnächst wieder fertig. Das ist alles kaputt gemacht. Jetzt auch schon mal ein paar Steinziegel haben. Ja. Hier, dann guck mal her. Oder, ne, doch nicht. Das erst da hinschmeißt, dann geht es so weg. Mein Gott. Mehr kann ich nicht tragen. Ne? Ne. Was hast du denn dabei alles? Ja, warte, dann kannst du übernehmen. Hau mal ab. Oh Mann. Ich will den Scheiß nicht. Dann müssen wir eben da unten Taschen leer machen. Mach. Ähm. Sollen wir nicht mal möglichst zeitnah diesen Minecraft-Aufzug einbauen? Weil das Laufen zockt schon viel Zeit hier. Ja, das stimmt. Boah, wie hat der hier gackert, ey. Wir können ja auch eine Bahn nach oben bauen. Außenrum eine Bahn? Ja. Boah. Das wäre aber... Hart. Ja. Steinhart wäre das. Ich muss erst mal wieder hier hochkommen, ey. Ach, scheiße. Kannst du mal noch ein paar Treppen machen? Wenn du eh gerade da unten bist. Ja, warte, hier in der Hühnerfarm ist ja so ein Ding. Hühnerfarm. Ja, Hühnerfarm ist noch sowas? Ja, so ein Crafting Table. Ach so. Äh, hier. Mah. Aber hier fehlt auf jeden Fall noch Wasser, ne? Warte mal. Ja, du wolltest ja auch noch hier deine Erntemaschine mal fertig bauen, ne? Ja. Aber ich glaube, das mache ich doch nur auf der einen Seite. Hier kann da eine andere Farbe hin. Ah, toll, weißt du? Guck mal. Ach so. Stell mal eine Fackel drauf. Ja, aber Hammer, ne? Ja, irgendwie ist das doch merkwürdig. Ich habe leider keine dabei. Warte. Wenn einer eine Lösung kennt für dieses Problem, einfach mal schreiben. Ja. Das nervt super. Hier, so ist das weg und so ist das wieder da. Das Problem ist wahrscheinlich bekannt, ne? Garantiert. Na, hier fängt jetzt schon wieder an. Mah. Aber sobald da irgendwas nochmal drauf gebaut ist, ist das halt eigentlich weg. Wenn da noch eine Reihe drauf kommt? Ja, wenn da was anderes drauf. Ich weiß nicht, wodurch. Haben wir ja auch auf den anderen Server, den wir da mal hatten. Oder haben. Mah. Weißt du? Boah, die Hühner, ne? Mit unserem Staatsgeheimnis, meinst du? Ja, genau. Was vielleicht ja schon publik ist, wenn wir die Folge hier hochladen. Aber wir können es jetzt noch nicht sagen. Ja. Das könnte noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Da müssen wir aber auch mal noch ein paar Dinger bauen. Ja. Damit dann das Außendesign fertiggestellt werden kann. Ja, müssen wir mal zackig bauen, ne? Weil ich meine, es ist ja gut, wenn wir nur noch die Hauptsachen bauen müssen. Du meinst die Hauptwas? Ja, nicht, dass du mal rum. Ach so, ja. Da kriegen wir gütigerweise Hilfe. Soweit die Theorie. Ja. Bin ich mal gespannt. Hoffentlich macht der nicht so scheiße. Ja, ich hoffe, der ist gut. So, das war's. Ich hab ja, ja. Dann wiederhosen. Hab ja, ja. Ja. Das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020